Und damit einen wunderschönen guten Tag und ein frohes neues Jahr ihr Couchos. Ja, anhand der Einleitung könnt ihr erahnen, wir haben das neue Jahr. Und ich weiß gar nicht warum ich hier gerade rumlaufe, das macht gar keinen Sinn. Denn wir wollen in den Hort zurück. Und da Bescheid sagen. Ja, das Jahr ist beendet, beziehungsweise ein neues Jahr hat angefangen. Und damit gibt es frische Alex-Aufnahmen. So, genau, wir müssen zurück hier hin. Bin sehr gespannt, wie das mit unserer Outlaw-Dame funktionieren wird bei den Klerikern. Weil eigentlich kann das nicht funktionieren. Äh, die sind eigentlich viel zu verschieden, als dass wir da irgendwie die auf einen Nenner bringen können. Könnten, müssten, sollten. Aber, schauen wir mal. Nasty, die Schwester des Dukes von Tavar wird deine Armee anführen. Du meinst? Ja, sie ist rein. Und hat die Outlaws schon oft in so manche Schlacht geführt. Hm. Tja, wie ich es erwartet hatte. Eine schwere Prüfung für uns alle. Dieses Subjekt ist also unsere einzige Hoffnung. Ich reiß ihm gleich die... Entspann dich. Also gut. Dann sind wir gerüstet. Sobald wir die Maschinen soweit vorbereitet haben, werden wir in die Schlacht ziehen. Nasty. Du bleibst gleich hier. Wir haben eine Menge vorzubereiten. Und dich erwarte ich auf dem Schlachtfeld vor den Mauern des Horns. So, nun ist es also soweit. Nun wird sich zeigen, wie gut unsere Vorbereitungen wirklich waren. Reinholds Trupp wird direkt zum Konverter vordringen und die Hauptarmee der Alps frontal angreifen. Nasty wird ihren Trupp durch die Stellungen der Alps zwischen uns und dem Konverter führen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, wo meine Truppe am meisten gebraucht wird. Gehe ich mit Reinhold, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir in keinen Hinterhalt geraten. Jedoch hängt dann alles von Nasty ab. Die Alps dürfen den Hort nicht erreichen, sonst haben wir die Schlacht verloren, bevor sie richtig angefangen hat. Was denkst du? Boah, da wir ja eigentlich mit Nasty gemeinsam unterwegs sind, würde ich ja fast sagen, dass er einfach mit Reinhold gehen soll. Dem Kältewert entsprechend könnte ich das hier sagen. Achso, weil ich Angst habe, dass er sterben könnte. Also eigentlich bin ich halt der Meinung, dass Nasty und ich das schaffen. Nasty und ich schaffen das allein. Niemand kommt an uns vorbei und wird bis zum Hort vordringen. Hm, in Ordnung. So sei es. Geh nun zu deinem Feldherrn. Die Schlacht beginnt, sobald Nasty das Zeichen gibt. Lasst uns nicht zaudern oder zurückweichen, Streiter von Ignadon. Für Kalan. Ich bin sehr gespannt. Das war also eine ausschlaggebende Entscheidung. Lagebericht. Die ersten Maschinen nähern sich unserer Reichweite. Dann bringen wir es hinter uns. Angriff. Wäre es nicht sinnvoller, die auf unsere Stellung zulaufen zu lassen einfach? Ich meine, die kommen doch eh zu uns. Aber gut. Holy shit, ey. Ich will hier nicht irgendwie in vollerster Front stehen. Das ist doch, ja doch, das ist ein Gegner. Moment, ist Nasty gerade gefallen? Wenn ich es richtig sehe, ist Nasty gerade gefallen. Ich hoffe, sie steht wieder auf. Sonst haben wir ein Problem. Holy shit. Also wenn es hier mehrere Angriffe gibt, dann haben wir echt ein Problem. Laden wir das neu. Die Nasty lebt eigentlich noch. Sie ist nur bewusstlos. Dann verlasse ich mich mal drauf, dass sie tatsächlich... Nein, verstehe. Lass mich nicht noch einmal hängen, klar? Nur weil du zu schwach bist, Nasty? Da kann ich auch nichts für. Eigentlich solltest du mehr drauf haben als das. Aber gut zu wissen, dass sie nicht sterben kann. Ich meine, ich kann den Koloss hier vorne mal noch eben looten. Das ist ja doch ein bisschen was an Loot, den wir da mitnehmen können. Die Frage, das Problem ist nur, wir haben hier jetzt noch zwei Kampfmaschinen und Nasty und mich. War das schon alles? Ich hoffe, sie haben noch mehr zu bieten als das hier. Alles klar. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie gut das klappen wird. Wir müssen weiter. Bleib an meiner Seite, verstanden? Weiter vorrücken. Ja, es machte keinen Sinn, jetzt sie zu fragen, ob alles okay ist. Weil ich meine, wir kennen sie ja so ein bisschen zumindest. Und ja, sie steht da ja so gar nicht. Also sie ist ja tough und will dann nicht irgendwie bemitleidet werden oder sonst was. Ich kämpfe jetzt echt gegen irgendeine Sch... Ich brauche es sein. So ein Befeuchstück. Weil ich es nicht gefinisht habe, bekomme ich keine XP. Da bin ich weiterhin nicht so richtig begeistert von, dass das so ist. Ja und nein. Also wir sind jetzt noch einer weniger. Weil leider ist einer von unseren beiden Maschinen verbackt und wartet da hinten jetzt. Wir müssen da doch nicht so reinrennen, Leute. Oh shit. Du? Seid sie losgehen? Okay. Doch nicht seid sie losgehen? Oh, Schütte. Der andere Kerl immer hinter. Jetzt der andere Kerl. Oh, Schütte. Okay. Wir laden mal. Nicht den letzten Autosave. Wir laden das Ding hier, würde ich sagen. Ich will es nochmal alleine versuchen. Ohne Hilfe. Wir teleportieren uns. Ich markiere mir trotzdem gleich nochmal die Quest, weil die bleibt ja markiert. Und dann werde ich gleich einfach mal am Anfang auf die Kolosse gehen. Habe ich eigentlich noch andere Heiltränke? Fällt mir gerade mal so ein. Ich habe ein mächtiger, noch mächtiger, starker LX-Trank. Großer Mann. Großer Heiltrank. Die sollte ich allein auf jeden Fall mir mal zuweisen. Nur normale Heiltränke? Normale Heiltränke habe ich ja auch. So, das ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Dass ich ein bisschen bessere Tränke zuweise. Hoppala. So, da können wir uns ja jetzt schnell durchklicken. Ich würde sagen, wir machen das nochmal. Ja, Zwischensequenz möchte ich abbrechen. Dann speichern wir mal eben. So viele Leute sind wir gar nicht. Fällt mir hier mal so auf. Warte, ich habe eben eins meiner eigenen Viecher in den Rücken geflossen. Boah. Oh Gott. Waffe ziehen. Okay. Ich bin mir glaube ich mal die Drohungen hier hinten vor. Die uns die ganze Zeit in den Rücken schießen. Okay. Come on, come on, come on. Nice. Nasty ist nicht down gegangen dieses Mal. Wir haben noch vier Soldaten. Das sieht vielversprechend aus, muss ich gerade einfach mal sagen. Also einiges besser als das, was wir davor hatten. Ich habe bis jetzt glaube ich einen Heiltrank geschluckt. Was ist eigentlich mit dem hier, holy shit, was ist mit dem hier passiert? Warum liegt der hier ganz hinten? War das schon alles? Ja. Okay. Wie gesagt, wir haben jetzt noch vier Soldaten im Gegensatz zu den Zweien von eben. Nasty war nicht down. Das heißt, ich hoffe auch einfach mal, dass sie an sich noch mehr HP hat, als bei dem Versuch davor. Und, ähm, ja, schauen wir mal, ob das jetzt besser gelingt. Eigentlich will ich hier keine weitere Hilfe haben. Das kann ja wohl nicht sein. Wie viel Leben habt ihr alle? Sehe ich das zufällig, wenn ich hier... Die heilen sich halt leider auch nicht hoch. Oder reparieren sich oder was auch immer man... Was ich da jetzt zu sagen soll zu denen. Das Problem ist, dass wir hier jetzt halt... Oh Gott, der Safe-Punk könnte ein bisschen weh tun. Na gut, ich habe einen Cypher-Fryer. Ach, Mann, ich wollte doch gar in die Luft gehen. Ich bin auch für mich zu schlagen. Nein, nein, nein. Ich bin sogar noch in die Luft gegangen. Aber es hat nicht geholfen. ich glaube ich habe gerade keinerlei hilfe mehr nasty ist gerade down was mich stört ist dass ich hier eigentlich rechtzeitig in die luft springe aber das spiel nicht interessiert ich habe keine ahnung wieviel jetzt noch auf uns wartet aber leider sind nasty und ich jetzt alleine ich hatte mir so ein bisschen mehr hilfe von euch erhofft also wenn es tatsächlich jetzt noch mal scheitert dann verdammt noch mal diese mist kerle status bericht mir geht's gut das habe ich nicht gefragt ja was sollen wir anderes machen der converter ist nicht mehr weit entfernt lass uns angreifen okay eine etappe noch dann trete ich dir in den arsch weiter oh man wir haben jetzt echt noch ein angriff ich habe noch zwei große heiltränke ich habe zwei standard heiltränke wir haben halt ich habe außer nasty hier keine hilfe mehr nasty hat immerhin volles leben aber ich gehe fast davon aus das hatte sie davor auch schon wie ist denn das genau stoßen wir jetzt zu übriges trupp bin mir da nicht ganz sicher ob ich jetzt schon zu dem stoße oder ob wir jetzt noch eine station dazwischen haben schnell speichern kann ich auf jeden fall das ist egal eigentlich was ein bisschen stört ist dass ich kein wo ist warum habe ich chrony eigentlich nicht dabei das ist natürlich scheiben auch mist chrony wäre halt immer noch unglaublich nützlich wenn wir den dabei hätten das scheiß wie sucht ärger ja dann gehen wir mal vorbei Vorsicht das nasty uns hier nicht abhaut ja hier wird gekämpft okay nice betrifft aber auch seinen eigenen komm schon kannst du damit aufhören ja ich muss mich in den trank nehmen ja 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 ich glaube es ist 11 oder ja 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 ich habe die rückke hat ich weiß zwar nicht genau wofür die ist aber So, ich loote hier mal ganz kurz, bevor ich irgendwen anspreche. Nebenbei kann ich hier so ein bisschen Fleisch futtern. Ich bin nicht ganz sicher, wo Nasty schon wieder down gegangen ist. Ich hoffe einfach mal, dass sie nicht ganz tot war. Auf der anderen Seite... Ah ne, da steht Nasty, alles klar. Ich weiß nicht, ob wir auch alle erwischt haben. Wenn nicht, dann erledige den Rest. Verstanden? Ich halte hier die Stellung. Alles gut, Nasty. Alles gut, Nasty. Puh, da bin ich ja nochmal froh, dass wir hier Unterstützung bekommen haben. Also wenn wir hier komplett alleine gewesen wären, das hätte schief gehen können. Nein, Ulb... Das ist doch ein Witz. Warum ist Ulbricht tot? Das kann doch gar nicht... Der lebt doch eben noch. Hä? Moment, warum? Kann mir mal bitte gerade einer erklären, warum Ulbricht tot ist? Ulbricht hat doch eben seine Waffe weggesteckt. Und war noch am Leben. Wisst ihr was? Ne, 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 ne. Ähm... Autospeicher. Bin mir nicht ganz sicher, wo er Autospeichert hat. Ne, da hat er Autospeichert. Ähm... Das hier könnte Formkampf sein. Ja, das hier ist Formkampf. Das Scheiß-Wie sucht Ärger. Also vor allem halt, weil... Eigentlich Ulbricht noch am Leben war. Wer suche ich das jetzt gerade nochmal? Ah, das ist jetzt echt merkwürdig gewesen gerade, finde ich. Hab ich ihn eventuell nochmal getroffen? Kann das sein? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Bin mir echt nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihn gekillt habe. Aus Versehen. Nehmt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das aus Versehen passiert ist. Alter! Würdest du mich trollen? Dass das Ding hier die ganze Zeit ausgewichen ist? So, hier speichern wir nochmal eben. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Kolosse, ey. Hör auf! Hau auf! Oh, shit, ey. Aber der erste ist down. Zwei Kolosse haben wir schon. Nein, nicht von der Seite schon wieder. So gehen wir mal aufhören damit. Okay, der dritte Kolosse ist auch down. Okay, das aktuell sieht es gut aus. Der ist auch down. Den will ich doch gar nicht angreifen. Auch den hier. Ulbricht stirbt automatisch, weil er war eben noch am Leben. Okay, also ich kann nicht verhindern, dass Ulbricht stirbt bei der Taktik. Na gut. Ihr habt es selbst gesehen. Also er war am Leben und hat eigentlich seine Waffe schon weggesteckt. Also ist es irgendwie scheinbar getriggert, dass wenn ich sie anspreche... Ich sagte, geh und erledige den Rest. Welchen Rest? Die Schlacht ist gewonnen. Verdammt, ich bin gerade erst warm gelaufen. Verfluchtes Pack. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Hä? Was ist? Glotz mich nicht so an. Was hat sie auf einmal? Wie wär's, wenn wir ab jetzt zusammen kämpfen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du mir geben kannst, was ich brauche. Ich brauche aber Unterstützung im Kampf gegen meine Feinde. So, so. Deine Feinde. Hä? Warum sollte ich dir dabei helfen? Kommt darauf an, was du willst. Elexit? Ruhm? Ehre? Ach, komm schon. Willst du mich verarschen? Du redest hier mit der Schwester des größten Halsabschneiders der Wüste. Das Einzige, was mir ein müdes Lächeln abbringen würde, wäre endlich mal ein würdiger Gegner. Wäre der Eispalast groß genug für dich? Hä? Ja klar. Du kämpfst gegen den Eispalast. Und das ist doch ein Witz, oder? Nope. Eher nicht. Warte mal. Du bist doch nicht etwa dieser Alp-Bastard, den sie in Edan abgeschossen haben. Doch. Hm. Ja, leck mich doch. Ich hab von dir gehört. Aber du kämpfst jetzt für die freien Menschen, so wie es aussieht. Das will ich eigentlich nicht sagen. Da läuft die Geschichte zwar hin und wieder mal drauf hinweg, aber, ähm, ja, ich bin ja eigentlich tatsächlich eher so. Und gerade nachdem ich das weiß, wo wir herstammen, bin ich ja eigentlich kein Alp. Wenn der Krieg vorbei ist, müssen wir alle auf demselben Planeten leben. Wir alle am Arsch. Die anderen interessieren mich einen Dreck. Ich sag dir was, Alp-Bastard. Ich will dabei sein, wenn's knallt. Je lauter und dreckiger, umso besser. Und keine Lakaienjobs, dass das klar ist. Ich will die ganz große Scheiße, klar? Wenn du deinen Einsatz bekommst, dann direkt an meiner Seite. Hm, okay. Ich bin dabei. Und glotz mir nicht ständig auf meinen Arsch, klar? Endlich zeigen sich die Eisklötze. Jetzt bloß keine Angst zeigen. Ja, scheiße auch. Was ist los? Warum zum Henker hast du dich gerade den erbärmlichen Waldmenschen angeschlossen? Hast du etwas anderes von mir erwartet? Hm, jetzt, wo ich so darüber nachdenke, vermutlich nicht. Na ja, Hauptsache du weißt, worauf du dich da eingelassen hast und kannst damit umgehen. Alles klar. Mitkommen. Natürlich. So, ja, damit ist Nasty dann jetzt an unserer Seite. Das ist doch mal ganz nice. Mit Ulbricht stört mich halt ein bisschen. Das muss ich gestehen, weil eigentlich, er hat's halt überlebt. Er hat's beide Male überlebt. Und dieses Mal hab ich ihn auch mit Sicherheit nicht am Ende noch geschlagen. Aber das letzte Mal war ich mir nicht hundertprozentig sicher. Da hätte es sein können, dass ich eventuell ihm noch einen Hit mitgegeben hab. Ähm, das hab ich dieses Mal aber unter Garantie nicht. Und deswegen find ich das ein bisschen schade. Ähm, so, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Kriegt der Maschinen? Nee. Genau, okay. Nee, da haben wir tatsächlich jetzt gerade nichts mehr. Das mit den Krallen hab ich noch. Und ich hab hier mein Gedöns für meine Gefährten. Ähm, hab ich hier eigentlich irgendwo nah dran... ...einen Teleporter noch. Das wär eigentlich ganz nützlich, muss ich sagen. Na, hier oben ist einer. Dann können wir nämlich nochmal eben kurz schauen, dass wir den Converter hier... Genau nach meinem Geschmack. ... noch vielleicht sogar ausmachen. Kommen wir hier den rein, müssten wir eigentlich. Wir haben doch ne Keycard bekommen. Ich könnte mich mal heilen. Was natürlich echt krass ist, ... ist, dass wir jetzt den, ähm, Anführer der... ... der Klerik, so gesehen, verloren haben. Also... ... ja. Was geht bei dir, Mädchen? Nessie, du kannst noch mal ein bisschen in die Muckibude gehen, ey. Okay. Äh, da erwarte ich ein bisschen mehr. Kann nicht sein, dass ich hier meinen so schnell down habe und sie ihr noch nicht mal irgendwie auf 75% runter hat. Da erwarte ich mehr von meinen Leuten. So ist sie keine Hilfe. Was liegt da? Achso, nur Elektro-Shot. Ich habe es eben nicht genau gesehen. Ich habe, glaube ich, eben übrigens zwei Level gemacht, wenn ich das richtig... ... da, 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 eben umpositionieren. Ja, ich bin true, ne, ich muss sogar drei Level irgendwie gemacht haben. Oder hatte ich das eine vorher schon? Das kann natürlich sein, dass ich das eine vorher schon hatte, das will ich nicht ausschließen. Wie sieht es eigentlich mit Waffen aus? Irgendwann müsste ich halt tatsächlich mal wieder eine neue Waffe bekommen oder meine upgraden. Weil so langsam wird meine tatsächlich, naja, nicht mehr ganz so stark. Das hier wollte ich eventuell machen, da brauche ich 70 Stärke für. Aber gut, da kümmern wir uns einander mal drum. Ich will jetzt gerade noch schauen, dass wir tatsächlich hier den Converter noch abschalten. Aua. Oh, fuck it. Ähm. Holy shit. Zuschlagen. Nicht rumwälzen oder sonst was. Holy hell, ey. Ich bin echt enttäuscht ein bisschen von Nasty. Ich weiß nicht, ob ich für Nasty noch irgendwelche Aufgaben bekomme, die sie ein bisschen stärker machen. Aber was Nasty hier an Schaden raushaut, ist tatsächlich ein bisschen sehr gering. Und da ich sie so spät im Laufe der Story jetzt erst bekommen habe, bin ich mir halt nicht sicher, ob es für sie noch Quests gibt. So, hacken. Eins, acht, fünf, sieben. Okay, die acht ist nicht drin, der Rest ist drin. Fünf, sieben, eins, vier. Okay. Vier, sieben, eins, fünf. Geh doch. Okay. Wobei, beim letzten Mal war hier ja auch nicht viel drin. Die Dinger lohnen sich hier ja. Ach, ich werde wieder, ich werde wieder angegriffen. Das ist das, wenn die, die Viecher über einem angeblich mit einem im Combat sind. Das ist ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. Kann man kurz speichern. Auch wenn ich im Combat bin, kann ich hier eben speichern. Hier dürfte theoretisch nichts vor mir stecken. Oh, Messi ist hier schon voll dabei. Vielleicht kommt ein Schuss von links. Okay, dem bin ich geschickt ausgewichen. Also ist mir eine Drohne. Drohne ist jetzt nicht so die Mega-Gefahr. Muss man auch einfach mal sagen. Okay, erstmal möchte ich kurz die... Ich weiß nicht, ob ich zu unten zum Tresor gehen soll. Eigentlich muss das nicht sein. Holy shit, wie schnell brechen denn gerade hier meine... Meine Dietrich hier ab. Ist ja gar nicht mal so nett. Goldbrocken, Plasmazellen, ja. Gut, mit dem tun wir es natürlich, aber... Warum wird es jetzt lustig? Weil wir jetzt das Ding hier abschalten? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal eben... Einmal nach oben, bevor wir die Folge beenden. Holen wir uns noch den Loot. Upp, warte, da ist ein kleiner Elex-Drang, den kann ich noch mitnehmen. Gucken, ob hier noch ein Gegner lauert, der mir gleich wieder irgendwie mit einem Flammenwerfer ins Gesicht schießt. Sieht aber erstmal... Ja, da unten ist nur ein kleiner Speicher. Den muss ich nicht mitnehmen. Okay. Hat sie eigentlich her? Wir haben mir nicht ganz sicher, ob sie ein Jetpack... Aber gut, ja doch, klar, sie ist ein Outlaw. Das wäre sehr komisch, wenn sie keinen Jetpack hätte. Deswegen, naja. So, was haben wir denn? Brennstoff, Brennstoff... Sprengraketen... Kanaten, Kanaten... Elex-Drank, Elex-Drank, Elex-Drank... Heiliger... Bimmermeh. Und das war's? Kein... Keine Überwaffe hier, dieses Mal. Na gut. Das ist tatsächlich ein bisschen, ähm... Bisschen enttäuschend, dass wir hier keine stärkere Waffe noch gefunden haben. Aber, wir haben wieder einen großen Schritt der Hauptstory vorangetrieben. Ich bin sehr gespannt, wo uns das hinführt. Vor allem bin ich sehr gespannt, was jetzt mit den Klerikern passiert, nachdem ihr oberster Anführer gestorben ist. Das heißt, da werden wir auch früher oder später nochmal hin zurückgehen müssen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Ich werde jetzt versuchen, wieder täglich Folgen zu bringen. Das wird sich so jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen so ein bisschen einspielen erst noch. Weil, wie gesagt, gerade aus dem... Gerade, ja, von Weihnachten zurück, gerade im neuen Jahr drin und jetzt erstmal wieder arbeiten. Und die erste Woche wird ein bisschen stressig. Aber ich versuche euch wieder täglich Folgen zu bringen. Dementsprechend, wie gesagt, gerne dafür ein Like da lassen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.